Dialog 1 Historische Ereignisse In diesem Dialog unterhalten sich Anna und Tom über verschiedene historische Ereignisse und deren Bedeutung. Sie diskutieren über bedeutende Momente der Geschichte und tauschen ihre Meinungen und Kenntnisse aus. Hey Tom, hast du schon immer ein Interesse an Geschichte gehabt? Ja, Anna. Ich finde es faszinierend, die Vergangenheit zu erforschen und mehr über wichtige historische Ereignisse zu erfahren. Gibt es ein bestimmtes Ereignis, das dich besonders interessiert? Auf jeden Fall, Tom. Ich finde den Zweiten Weltkrieg sehr bedeutend. Es war ein tragisches Ereignis, das die Welt verändert hat und viele Menschenleben gefordert hat. Wie stehst du zu diesem Thema? Ich stimme dir zu, Anna. Der Zweite Weltkrieg war ein einschneidendes Ereignis, das die ganze Welt betroffen hat. Es ist wichtig, aus der Geschichte zu lernen und sicherzustellen, dass sich so etwas nie wiederholt. Gibt es noch ein anderes Ereignis, das du interessant findest? Ja, Tom. Die Französische Revolution ist ein weiteres Ereignis, das mich fasziniert. Es war ein Wendepunkt in der Geschichte und hat zu großen Veränderungen in Frankreich geführt. Was denkst du darüber? Die Französische Revolution ist in der Tat ein bedeutsames Ereignis, Anna. Sie hat den Grundstein für moderne Ideen wie Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gelegt. Es ist erstaunlich, wie ein Ereignis so große Auswirkungen auf die Welt haben kann. Absolut. Tom, es ist beeindruckend zu sehen, wie historische Ereignisse die Gesellschaft und die Welt nachhaltig verändern können. Gibt es noch ein weiteres Ereignis, über das du sprechen möchtest? Ein weiteres bedeutendes Ereignis ist die Berliner Mauer, Anna. Sie teilte Berlin und symbolisierte die Spaltung zwischen Ost und West während des Kalten Krieges. Die Öffnung der Mauer im Jahr 1989 war ein historischer Moment des Zusammenkommens und des Aufbruchs. Ja, Tom, die Berliner Mauer ist ein Symbol für die Trennung und die Überwindung von Barrieren. Es ist erstaunlich, wie die Menschen damals für ihre Freiheit gekämpft haben. Gibt es noch ein Ereignis, das du erwähnen möchtest? Ein weiteres interessantes Ereignis ist die Mondlandung, Anna. Im Jahr 1969 setzte der Mensch zum ersten Mal seinen Fuß auf den Mond. Es war ein Meilenstein in der Geschichte der Raumfahrt und ein symbolischer Moment für den menschlichen Fortschritt. Die Mondlandung ist wirklich beeindruckend, Tom. Es zeigt, zu welchen unglaublichen Leistungen die Menschheit fähig ist. Es gibt noch so viele weitere historische Ereignisse, über die man sprechen könnte. Da hast du recht, Anna. Die Geschichte bietet unendlich viele spannende Geschichten und wichtige Lektionen. Es war toll, mit dir über einige dieser Ereignisse zu sprechen und unsere Gedanken auszutauschen. Auf jeden Fall, Tom. Geschichte kann uns viel über die Vergangenheit lehren und uns helfen, die Gegenwart besser zu verstehen. Danke für diese interessante Unterhaltung. Gern geschehen, Anna. Ich freue mich immer, über Geschichte zu sprechen. Es war eine spannende Diskussion. Vielleicht können wir in Zukunft noch weitere historische Ereignisse erkunden. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 2 Faszinierende Kunstausstellungen In diesem Gespräch tauschen Lukas und Anna ihre Begeisterung für Kunstausstellungen aus. Sie teilen ihre Traumausstellungen, diskutieren über verschiedene Kunstwerke und beschreiben die einzigartige Atmosphäre, die sie dort erlebt haben. Hallo Anna. Ich habe gehört, dass du ein großer Kunstliebhaber bist. Welche ist deine Traumausstellung? Hallo Lukas. Ja, ich liebe Kunstausstellungen. Meine Traumausstellung ist die »Moderne Meisterwerke«. Dort werden Werke berühmter Künstler des 20. Jahrhunderts wie Picasso und Matisse präsentiert. Welche Ausstellung begeistert dich? Oh, das klingt interessant. Anna. Meine Traumausstellung ist die »Zeitgenössische Kunstrevolution«. Dort werden innovative und experimentelle Werke zeitgenössischer Künstler gezeigt. Es ist wirklich faszinierend, wie sie verschiedene Medien und Techniken einsetzen. Das hört sich spannend an. Lukas. Welche Art von Kunstwerken hast du in der »Zeitgenössische Kunstrevolution« gesehen? Ich habe dort beeindruckende Installationen gesehen, bei denen der Raum mit verschiedenen Objekten und Klängen gestaltet wurde. Es war wie eine Immersiv-Erfahrung, bei der man die Kunstwerke wirklich hautnah erleben konnte. Das klingt nach einer erstaunlichen Erfahrung, Lukas. Bei meiner Traumausstellung gab es eine Vielzahl von Gemälden in lebendigen Farben und abstrakten Formen. Es war unglaublich, wie die Künstler ihre Emotionen durch ihre Werke zum Ausdruck brachten. Das klingt wirklich beeindruckend. Anna. Gibt es noch andere Ausstellungen, die du empfehlen kannst? Definitiv. Die Ausstellung »Kunst im Naturraum« ist auch sehr inspirierend. Dort werden Kunstwerke in natürlicher Umgebung präsentiert und schaffen eine besondere Verbindung zwischen Kunst und Natur. Das klingt nach einer einzigartigen Erfahrung. Ich mag es, wenn Kunst mit der Umgebung interagiert. Gibt es ein bestimmtes Kunstwerk, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja. Bei einer meiner letzten Ausstellungsbesuche gab es ein kinetisches Kunstwerk, das sich bewegte und die Betrachter in seinen Bann zog. Es war faszinierend zu beobachten, wie die Kunstwerk eine eigene Dynamik entwickelte. Das klingt wirklich aufregend. Anna. Ich finde es toll, wie Kunstwerke unterschiedliche Emotionen und Reaktionen hervorrufen können. Ich werde definitiv die »Moderne Meisterwerke« und »Kunst im Naturraum« auf meine Liste setzen. Das freut mich zu hören, Lukas. Es gibt so viele wunderbare Kunstausstellungen da draußen, die darauf warten, entdeckt zu werden. Viel Spaß beim Erkunden der faszinierenden Kunstwelt. Dialog 3 Zitate aus Lieblingsfilmen In diesem Gespräch teilen Lisa und Max ihre Lieblingsfilmzitate und erinnern sich an lustige und nachdenkliche Momente aus ihren Lieblingsfilmen. Hey Max, kennst du das, wenn dir ein Filmzitat einfach nicht mehr aus dem Kopf geht? Hast du ein Lieblingsfilmzitat? Oh ja, das kenne ich nur zu gut, Lisa. Ein Zitat, das mir immer im Gedächtnis geblieben ist, stammt aus dem Film, Forrest Gump, Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt. Oh ja, das ist ein Klassiker. Forrest Gump hat so viele weise Worte gesagt. Ein Zitat, das ich liebe, ist aus dem Film, Der König der Löwen, Alles, was das Licht berührt, ist unser Königreich. Das ist wirklich ein schönes Zitat, Lisa. Der König der Löwen, ist ein zeitloser Film. Ein weiteres Zitat, das mir gefällt, ist aus, Harry Potter, nach all dieser Zeit, immer. Oh ja, die Harry Potter Filme sind voller magischer Momente. Das Zitat erinnert uns daran, dass wahre Freundschaft und Loyalität nie enden. Ein lustiges Zitat, das ich liebe, ist aus, Die Maske, S.C. Smokin. Haha, ja, Jim Carrey war großartig in dieser Rolle. Das erinnert mich an einen weiteren lustigen Film, Zurück in die Zukunft. Da gibt es das Zitat, Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Das ist ein ikonisches Zitat. Zurück in die Zukunft, ist ein echter Klassiker. Ein anderes nachdenkliches Zitat, das ich gerne mag, stammt aus, Der große Gatsby. Irgendwann im Laufe des Lebens begreift man mit einer schmerzhaften Klarheit, dass wirklich bedeutende Menschen selten sind. Das ist ein sehr tiefsinniges Zitat, Lisa. Der große Gatsby, hat viele starke Botschaften. Ein weiteres Lieblingszitat von mir ist aus, Star Wars. Möge die Macht mit dir sein. Oh ja, Star Wars, ist eine legendäre Filmreihe. Das Zitat erinnert uns daran, dass wir unsere innere Stärke nutzen können. Es gibt so viele großartige Filmzitate, nicht wahr? Absolut. Filme haben die Kraft, uns zu berühren und uns zum Lachen zu bringen. Sie hinterlassen oft unvergessliche Zitate, die wir immer wieder gerne zitieren. Es war schön, unsere Lieblingszitate auszutauschen, Lisa. Ja, das war es, maximal. Filmzitate können uns inspirieren, zum Nachdenken anregen und uns an besondere Momente erinnern. Vielen Dank für dieses unterhaltsame Gespräch. Danke dir, Lisa. Es war toll, unsere Lieblingszitate zu teilen. Ich freue mich schon darauf, wieder einen guten Film zu schauen. Tschüss. Tschüss, Max. Viel Spaß beim Filmschauen und bis bald. Dialog 4 Mein täglicher Ablauf In dieser Unterhaltung sprechen Lisa und Tom über ihre täglichen Rituale und wie sie ihren Tag strukturieren. Guten Morgen, Tom. Wie startest du eigentlich deinen Tag? Guten Morgen, Lisa. Ich stehe normalerweise um 7 Uhr auf. Das Erste, was ich mache, ist Zähneputzen und eine schnelle Dusche nehmen. Dann mache ich mir ein Frühstück. Das klingt nach einem guten Start in den Tag. Was isst du normalerweise zum Frühstück? Ich esse oft Müsli mit Joghurt und frischem Obst. Manchmal trinke ich auch einen Kaffee dazu, um wach zu werden. Wie sieht dein Morgenritual aus? Ich stehe meistens etwas früher auf, gegen 6.30 Uhr. Nach dem Aufstehen mache ich ein paar Dehnübungen, um meinen Körper zu entspannen. Dann trinke ich eine Tasse warmes Wasser mit Zitrone, bevor ich mein Frühstück zubereite. Das klingt nach einer guten Möglichkeit, den Tag zu beginnen. Was isst du zum Frühstück? Ich esse oft ein Vollkornbrot mit Käse und Gemüse. Dazu trinke ich meistens einen Kräutertee. Nach dem Frühstück mache ich mich bereit für den Tag und gehe zur Arbeit. Was machst du nach dem Frühstück? Nach dem Frühstück räume ich meine Küche auf und bereite meine Sachen für den Tag vor. Dann gehe ich zur Arbeit oder mache mich an meine Aufgaben, wenn ich von zu Hause aus arbeite. Das klingt nach einem produktiven Start in den Tag. Was machst du, um dich zu entspannen, wenn du Feierabend hast? Nach Feierabend gehe ich oft eine Runde joggen oder mache eine andere Art von körperlicher Aktivität, um mich zu entspannen. Danach mache ich ein einfaches Abendessen und lese ein Buch oder schaue einen Film, um den Tag ausklingen zu lassen. Wie sieht dein Abendritual aus? Nach Feierabend mache ich gerne Yoga oder meditiere, um Stress abzubauen. Danach koche ich mir eine gesunde Mahlzeit und verbringe Zeit mit meinen Hobbys wie Malen oder Lesen. Vor dem Schlafengehen lese ich noch ein paar Seiten in meinem Buch. Das klingt nach einem entspannten Abend. Wie früh gehst du normalerweise ins Bett? Ich versuche meistens gegen 22 Uhr ins Bett zu gehen, damit ich genug Schlaf bekomme. Und du? Ich gehe normalerweise gegen 23 Uhr ins Bett. Das gibt mir genug Zeit, um vor dem Schlafengehen noch etwas zu entspannen. Gute Nacht, Lisa Gute Nacht, Tom Schlaf gut und bis morgen Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke Dialog 5 Gesunde Gewohnheiten In dieser Unterhaltung sprechen Anna und Tim über gesunde Gewohnheiten und Lebensstilentscheidungen. Sie tauschen sich über ihre bevorzugten gesunden Aktivitäten, Ernährungsgewohnheiten und Fitnessroutinen aus. Hallo Tim, wie achtest du auf deine Gesundheit? Ich versuche, regelmäßig Sport zu treiben. Hallo Anna, das ist großartig. Ich gehe auch oft joggen und mache einige Fitnessübungen zu Hause. Was machst du sonst noch für deine Gesundheit? Ich versuche, mich ausgewogen zu ernähren. Tim Ich esse viel Obst und Gemüse und versuche, zuckerhaltige Snacks zu vermeiden. Wie sieht es mit dir aus? Ich versuche auch, mich gesund zu ernähren. Ich esse viel Protein, wie mageres Fleisch und Hülsenfrüchte, und versuche, fettige Lebensmittel zu reduzieren. Hast du noch weitere gesunde Gewohnheiten? Ja, ich trinke viel Wasser und versuche ausreichend zu schlafen, Tim. Hydratation und ausreichender Schlaf sind ebenfalls wichtig für unsere Gesundheit. Was machst du, um dich zu entspannen und Stress abzubauen? Ich höre gerne Musik und mache Yoga, Anna. Es hilft mir, meinen Geist zu beruhigen und Stress abzubauen. Hast du Tipps für eine gesunde Work-Life-Balance? Ja, es ist wichtig, Pausen einzulegen und Zeit für sich selbst zu nehmen, Tim. Ich versuche, meine Arbeit und Freizeit gut zu organisieren, um einen Ausgleich zu schaffen. Wie stehst du zu Alkohol und Rauchen? Ich trinke nur gelegentlich Alkohol und rauche nicht, Anna. Ich finde, es ist wichtig, auf solche Gewohnheiten zu verzichten, um die Gesundheit zu erhalten. Was sind deine bevorzugten Sportarten? Ich spiele gerne Tennis und gehe gerne schwimmen, Tim. Beide Sportarten machen Spaß und helfen dabei, fit zu bleiben. Welche Aktivitäten machst du gerne? Ich spiele Fußball und gehe oft Radfahren, Anna. Es gibt so viele Möglichkeiten, aktiv zu sein und Spaß an Bewegung zu haben. Wie integrierst du Bewegung in deinen Alltag? Ich versuche, Treppen statt Aufzüge zu nehmen und gehe oft zu Fuß oder mit dem Fahrrad, Tim. Es sind die kleinen Dinge, die helfen, mehr Bewegung in den Alltag zu bringen. Es war schön, mit dir über gesunde Gewohnheiten zu sprechen. Dialog 6 Traumhafte technologische Erfindungen In dieser Unterhaltung sprechen Laura und Max über ihre traumhafte technologische Erfindungen. Sie tauschen Ideen und Begeisterung für innovative Technologien aus und diskutieren, wie diese Erfindungen die Welt verbessern könnten. Hallo Max. Ich habe gehört, du interessierst dich sehr für Technologie. Gibt es eine technologische Erfindung, von der du schon immer geträumt hast? Hallo Laura. Oh ja. Ich bin ein großer Technik-Fan. Eine meiner Traumerfindungen wäre ein Flugauto. Stell dir vor, wie cool es wäre, über den Verkehr hinweg zu schweben und jeden Ort in kürzester Zeit zu erreichen. Wow. Das klingt wirklich fantastisch. Fantastisch, Max. Ein Flugauto würde unsere Mobilität revolutionieren. Eine meiner Traumerfindungen wäre ein Gerät, das Gedanken lesen kann. Es wäre faszinierend, in der Lage zu sein, die Gedanken anderer Menschen zu verstehen. Das wäre wirklich erstaunlich, Laura. Mit so einem Gerät könnten wir eine ganz neue Ebene der Kommunikation erreichen. Das wäre wirklich praktisch, Laura. Ein Roboter-Assistent würde uns viel Zeit und Energie sparen. Ich habe auch eine weitere Traumerfindung im Sinn. Eine Maschine, die uns ermöglicht, in virtuelle Realitäten einzutauchen und unglaubliche Abenteuer zu erleben. Oh ja. Max. Virtuelle Realität hat so viel Potenzial. Es wäre großartig, in fremde Welten einzutauchen und Dinge zu erleben, die in der realen Welt nicht möglich sind. Wir könnten zum Beispiel historische Ereignisse nacherleben oder an fantastischen Fantasiereisen teilnehmen. Absolut, Laura. Die Möglichkeiten wären endlos. Gibt es noch eine andere technologische Erfindung, die dich fasziniert? Ja. Definitiv. Ich träume von einer umweltfreundlichen Energiequelle, die uns von fossilen Brennstoffen unabhängig macht. Eine nachhaltige Energiequelle würde dazu beitragen, den Klimawandel zu bekämpfen und die Umwelt zu schützen. Das ist eine großartige Idee, Laura. Eine nachhaltige Energiequelle ist dringend erforderlich, um unsere Welt für zukünftige Generationen lebenswert zu machen. Es ist inspirierend, wie Technologie dazu beitragen kann, globale Herausforderungen anzugehen. Absolut. Max, Technologie kann eine positive Veränderung bewirken, wenn sie sinnvoll eingesetzt wird. Es war großartig, mit dir über unsere Traumerfindungen zu sprechen. Ja, definitiv, Laura. Es ist aufregend, unsere Ideen und Begeisterung für technologische Innovationen zu teilen. Vielleicht sehen wir eines Tages einige unserer Traumerfindungen Realität werden. Das wäre wirklich fantastisch, Max. Lassen Sie uns weiterhin auf dem Laufenden bleiben und die Entwicklungen in der Technologie verfolgen. Auf jeden Fall, Laura. Lasst uns inspiriert bleiben und unsere Träume verfolgen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir, Max. Es war eine Freude. Bis bald und weiterhin viel Begeisterung für Technologie. Bis bald, Laura. Bleib neugierig und aufgeschlossen. Tschüss. Dialog 7 Materialien für Skulpturen In diesem Gespräch teilen Max und Anna ihre Vorlieben für verschiedene Materialien, die sie für ihre Skulpturen verwenden. Sie diskutieren über die Eigenschaften und den kreativen Ausdruck jedes Materials. Hallo, Max. Ich habe gehört, du bist eine talentierte Bildhauerin. Welches Material verwendest du am liebsten für deine Skulpturen? Hallo, Max. Ja, ich liebe es, Skulpturen zu erschaffen. Mein bevorzugtes Material ist Ton. Es ist so formbar und ermöglicht mir, meine Ideen zum Leben zu erwecken. Das klingt spannend, Anna. Ich arbeite gerne mit Holz. Es hat eine warme Ausstrahlung und gibt mir die Möglichkeit, feine Details herauszuarbeiten. Holz ist wirklich ein wunderbares Material, Maximal. Ich bewundere deine Fähigkeit, mit den verschiedenen Texturen und Farben des Holzes zu arbeiten. Danke, Anna. Aber ich finde auch, dass Ton sehr vielseitig ist. Es ermöglicht mir, verschiedene Oberflächenstrukturen zu schaffen und meiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Absolut. Max, hast du schon einmal mit Metall gearbeitet? Ich finde es faszinierend, wie robust und doch formbar es ist. Tatsächlich habe ich noch nicht viel mit Metall gearbeitet, Anna. Aber ich kann mir vorstellen, wie aufregend es sein muss, mit diesem Material zu arbeiten und skulpturale Werke mit glänzender Oberfläche zu erschaffen. Es ist definitiv eine andere Erfahrung, Maximal. Metall eröffnet ganz neue Möglichkeiten in Bezug auf Struktur und Haltbarkeit. Das klingt sehr interessant, Anna. Ich sollte definitiv mal damit experimentieren. Gibt es noch andere Materialien, die du gerne verwendest? Ja, Max. Neben Ton und Metall arbeite ich auch gerne mit Stein. Es ist eine Herausforderung. Aber die Ergebnisse sind oft beeindruckend und zeitlos. Stein ist in der Tat ein klassisches Material für Skulpturen. Es vermittelt eine gewisse Stärke und Beständigkeit. Genau. Max. Jedes Material hat seine eigene Schönheit und Ausdruckskraft. Es ist faszinierend, wie wir als Künstler mit diesen Materialien arbeiten können, um unsere Visionen zum Leben zu erwecken. Das sehe ich genauso, Anna. Es ist wunderbar, wie vielfältig die Welt der Skulptur ist und wie wir unsere persönlichen Vorlieben und Techniken in unsere Werke einbringen können. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 8 Der Weg des persönlichen Wachstums. Hey Max. In den letzten Jahren habe ich mich sehr damit beschäftigt, an mir selbst zu arbeiten und persönlich zu wachsen. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Hallo Lisa. Hast du bestimmte Strategien verwendet, um dein persönliches Wachstum zu fördern? Ja. Ich habe versucht, mich kontinuierlich weiterzubilden und neue Dinge zu lernen. Das hat mir geholfen, meine Kompetenzen zu erweitern und mein Wissen zu vertiefen. Gibt es eine spezielle Erfahrung, die dich besonders geprägt hat? Eine Erfahrung, die mich besonders geprägt hat, war eine längere Reise, bei der ich neue Kulturen und Menschen kennengelernt habe. Es hat meinen Horizont erweitert und mir geholfen, neue Perspektiven zu gewinnen. Hast du Ratschläge für Menschen, die ebenfalls an ihrem persönlichen Wachstum arbeiten möchten? Mein Ratschlag wäre, offen für neue Erfahrungen zu sein und sich nicht vor Veränderungen zu scheuen. Es ist auch wichtig, sich selbst zu akzeptieren und sich nicht mit anderen zu vergleichen. Jeder hat seinen eigenen Weg des persönlichen Wachstums. Hast du ein bestimmtes Ziel, auf das du hinarbeitest? Ja, ich arbeite auf mein Ziel hin, selbstbewusster und mutiger zu sein. Ich möchte mehr Risiken eingehen und meine Komfortzone erweitern. Es erfordert Arbeit, aber ich glaube, dass es mir helfen wird, persönlich zu wachsen. Wie hast du persönliches Wachstum in Bezug auf deine Beziehungen erlebt? In Bezug auf Beziehungen habe ich gelernt, dass es wichtig ist, ehrlich und authentisch zu sein. Offene Kommunikation und das Teilen von Gefühlen haben mir geholfen, mich in meinen Beziehungen weiterzuentwickeln. Hast du auch Veränderungen in deinen Beziehungen bemerkt? Auf jeden Fall, maximal. Durch mein persönliches Wachstum habe ich gelernt, Grenzen zu setzen und gesunde Beziehungen aufzubauen. Es hat dazu geführt, dass ich enge und unterstützende Beziehungen aufbauen konnte. Welchen Einfluss hat persönliches Wachstum auf dein Wohlbefinden? Persönliches Wachstum hat einen großen Einfluss auf mein Wohlbefinden, Lisa. Es gibt mir ein Gefühl von Erfüllung und Zufriedenheit. Es hilft mir auch, besser mit Herausforderungen umzugehen und mein Leben bewusster zu leben. Wie siehst du das? Ich stimme dir vollkommen zu, maximal. Persönliches Wachstum hat mir geholfen, ein erfüllteres Leben zu führen und mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es ist ein fortwährender Prozess, aber es lohnt sich. Hast du noch einen letzten Tipp für Menschen, die an ihrem persönlichen Wachstum arbeiten möchten? Mein letzter Tipp wäre, geduldig zu sein und sich Zeit für das persönliche Wachstum zu nehmen. Es ist ein individueller Prozess, der Zeit und Hingabe erfordert. Jeder Schritt zählt, egal wie klein er ist. Dialog 9 Mein Zuhause In diesem Dialog tauschen Lisa und Max Informationen über ihre Wohnsituation und die Merkmale ihrer Wohnung oder ihres Hauses aus. Sie beschreiben die verschiedenen Räume, die Einrichtung und ihre persönlichen Vorlieben. Hallo Max, wie sieht dein Zuhause aus? Hast du eine Wohnung oder ein Haus? Hallo Lisa, ich lebe in einer Wohnung. Sie ist nicht zu groß, aber gemütlich und praktisch eingerichtet. Wie ist deine Wohnsituation? Ich lebe auch in einer Wohnung, maximal. Sie hat zwei Schlafzimmer und ein Wohnzimmer, was ausreichend Platz für mich ist. Wie viele Räume hat deine Wohnung? Meine Wohnung hat ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche und ein Badezimmer, Lisa. Es ist kompakt, aber ausreichend für meine Bedürfnisse. Wie ist die Einrichtung in deiner Wohnung? Ich habe eine moderne Einrichtung mit hellen Farben und minimalistischem Design, maximal. Es gibt auch einige Pflanzen, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Welche Art von Möbeln hast du in deiner Wohnung? Ich habe hauptsächlich moderne Möbel, Lisa. Ich mag schlichtes Design und funktionalen Stauraum. Hast du auch eine bevorzugte Dekoration in deiner Wohnung? Ja. Ich habe einige Kunstwerke an den Wänden und dekorative Kissen auf dem Sofa, maximal. Sie bringen Persönlichkeit und Farbe in den Raum. Gibt es einen Raum in deiner Wohnung, den du besonders magst? Ich mag mein Wohnzimmer besonders gerne, Lisa. Es ist der perfekte Ort, um sich zu entspannen und Freunde einzuladen. Hast du auch einen Lieblingsraum? Mein Schlafzimmer ist mein Lieblingsraum. Maximal. Es ist mein privater Rückzugsort und ich kann dort gut entspannen. Hast du auch einen Balkon oder eine Terrasse in deiner Wohnung? Ja. Ich habe einen kleinen Balkon, Lisa. Es ist schön, im Sommer dort zu sitzen und etwas frische Luft zu genießen. Hast du auch eine bevorzugte Farbe für deine Wände? Ich mag helle Farben wie Weiß- oder Pastelltöne, maximal. Sie lassen den Raum größer und luftiger wirken. Wie sieht es mit deiner Nachbarschaft aus? Meine Nachbarschaft ist ruhig und gut gelegen, Lisa. Es gibt einige Geschäfte und Restaurants in der Nähe, was praktisch ist. Wie ist deine Nachbarschaft? Meine Nachbarschaft ist auch ruhig und freundlich, maximal. Es gibt einen Park in der Nähe, den ich gerne für Spaziergänge nutze. Es war schön, mit dir über unsere Wohnungen zu sprechen und mehr darüber zu erfahren. Dialog 10 Freiwillige Erfahrungen In diesem Dialog unterhalten sich Lisa und Max über ihre Erfahrungen als Freiwillige. Sie tauschen Geschichten, Eindrücke und Erlebnisse aus ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten aus und sprechen über die positiven Auswirkungen, die sie dabei erlebt haben. Hey Max, ich habe gehört, dass du als Freiwilliger aktiv bist. Kannst du mir etwas über deine Erfahrungen erzählen? Ja, Lisa. Als Freiwilliger zu arbeiten war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ich habe in einem örtlichen Tierheim geholfen und mich um herrnlose Tiere gekümmert. Es war eine unglaublich bereichernde Erfahrung. Das klingt wunderbar, Max. Tiere zu unterstützen und ihnen zu helfen, ist wirklich bewundernswert. Ich habe als Freiwillige in einem Altenheim gearbeitet und mich um ältere Menschen gekümmert. Es war eine sehr erfüllende Erfahrung für mich. Das ist fantastisch, Lisa. Ältere Menschen verdienen unsere Unterstützung und Fürsorge. Welche besonderen Momente hast du während deiner freiwilligen Arbeit erlebt? Es gab so viele schöne Momente, Maximal. Ich erinnere mich besonders gerne an die Gespräche mit den älteren Menschen. Sie haben mir so viel Weisheit und Lebenserfahrung mitgegeben. Es war sehr bereichernd, von ihnen zu lernen. Das ist wirklich schön, Lisa. Die Möglichkeit, von anderen zu lernen, ist eine der großen Bereicherungen der freiwilligen Arbeit. Hast du auch schwierige Situationen erlebt? Ja, es gab auch herausfordernde Momente. Manchmal war es emotional, wenn ich gesehen habe, wie manche ältere Menschen mit Einsamkeit zu kämpfen hatten. Aber durch meine Anwesenheit konnte ich ihnen etwas Trost und Gesellschaft bieten. Das ist so wichtig, Lisa. Deine Anwesenheit und Unterstützung können einen großen Unterschied im Leben der Menschen machen. Hast du noch andere Bereiche der freiwilligen Arbeit erkundet? Ja, ich habe auch in einem örtlichen Umweltschutzprojekt mitgeholfen. Wir haben Parks gereinigt und Bäume gepflanzt, um die Natur zu erhalten. Es war großartig, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Das ist wirklich lobenswert, Lisa. Der Umweltschutz ist ein Bereich, der unsere Unterstützung benötigt. Ich habe auch an einem Jugendzentrum gearbeitet und jungen Menschen bei schulischen Aktivitäten geholfen. Es war schön, sie zu motivieren und ihnen zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Das ist fantastisch, maximal. Jugendlichen zu helfen, ist so wichtig für ihre persönliche Entwicklung. Wie fühlst du dich nach deinen freiwilligen Aktivitäten? Nach meinen freiwilligen Aktivitäten fühle ich mich erfüllt und glücklich. Es ist ein großartiges Gefühl zu wissen, dass man anderen geholfen und einen positiven Beitrag geleistet hat. Es gibt mir ein Gefühl der Dankbarkeit. Das kann ich nur bestätigen, maximal. Die Dankbarkeit, die man von den Menschen erhält, denen man geholfen hat, ist unbezahlbar. Es ist schön zu sehen, wie man durch kleine Taten große Veränderungen bewirken kann. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich, danke. Dialog 11 Gefühlsintelligenz stärken In diesem Gespräch teilen sich Lisa und Tim ihre Erfahrungen und Übungen zur Stärkung der persönlichen emotionalen Intelligenz. Sie diskutieren verschiedene Techniken und teilen Tipps, wie man besser mit seinen eigenen Gefühlen umgehen kann. Hallo Tim. Ich habe neulich angefangen, an meiner emotionalen Intelligenz zu arbeiten. Hast du auch Erfahrungen mit diesem Thema? Hallo Lisa. Ja. Das ist ein wichtiges Thema. Ich beschäftige mich auch mit der Entwicklung meiner emotionalen Intelligenz. Welche Übungen hast du ausprobiert? Eine Übung, die mir geholfen hat, ist das bewusste Erkennen meiner eigenen Gefühle. Ich nehme mir regelmäßig Zeit, um darüber nachzudenken, wie ich mich in bestimmten Situationen fühle. Das klingt nach einer nützlichen Übung, Lisa. Ich habe auch festgestellt, dass das Tagebuchschreiben mir hilft, meine Emotionen besser zu verstehen und zu verarbeiten. Das kann ich nur bestätigen, Tim. Das Aufschreiben meiner Gedanken und Gefühle ermöglicht es mir, meine Emotionen besser zu reflektieren und Muster zu erkennen. Eine weitere Übung, die ich gerne mache, ist das Praktizieren von Achtsamkeit. Ich versuche, im gegenwärtigen Moment präsent zu sein und meine Emotionen ohne Urteil wahrzunehmen. Das ist eine tolle Übung, Tim. Achtsamkeit hilft dabei, die eigenen Gefühle bewusster wahrzunehmen und ermöglicht es uns, bewusster zu handeln. Absolut, Lisa. Eine weitere Übung, die ich gerne mache, ist das Einfühlen in andere Menschen. Indem ich versuche, mich in ihre Lage zu versetzen, entwickle ich ein besseres Verständnis für ihre Gefühle. Das ist ein wichtiger Punkt, Tim. Empathie ist ein wesentlicher Bestandteil der emotionalen Intelligenz. Indem wir versuchen, die Gefühle anderer zu verstehen, können wir unsere zwischenmenschlichen Beziehungen stärken. Da hast du recht, Lisa. Ich finde es auch hilfreich, mich mit positiven Menschen zu umgeben. Ihre Energie beeinflusst meine Stimmung und unterstützt meine emotionale Balance. Das ist ein guter Punkt, Tim. Unsere Umgebung kann einen großen Einfluss auf unsere Gefühle haben. Sich mit positiven Menschen zu umgeben, kann uns dabei helfen, unsere eigene emotionale Stabilität zu verbessern. Auf jeden Fall, Lisa. Ich denke, es ist wichtig, sich bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen und Selbstfürsorge zu praktizieren. Das kann uns helfen, unsere eigenen Bedürfnisse besser zu verstehen und unsere emotionalen Ressourcen aufzuladen. Da stimme ich dir vollkommen zu, Tim. Selbstfürsorge ist entscheidend, um unsere emotionale Gesundheit zu pflegen. Indem wir uns selbst Gutes tun, sind wir besser in der Lage, auch für andere da zu sein. Absolut, Lisa. Es war schön, sich mit dir über dieses Thema auszutauschen. Ich werde definitiv einige deiner Übungen in meine Routine aufnehmen. Danke, Tim. Ich freue mich, dass ich meine Erfahrungen mit dir teilen konnte. Lass uns weiterhin an unserer emotionalen Intelligenz arbeiten und uns gegenseitig unterstützen. Auf jeden Fall, Lisa. Zusammen können wir viel erreichen. Lass uns dranbleiben und uns weiterentwickeln. Dialog 12 Mein Lieblingsfest. In diesem Dialog teilen Lisa und Max ihre Vorlieben für bestimmte Feiertage und Feierlichkeiten. Sie beschreiben ihre Lieblingsfeste, Traditionen und die besonderen Aktivitäten, die sie während dieser Zeit genießen. Hallo Max. Welches ist dein Lieblingsfest oder deine Lieblingsfeierlichkeit? Ich liebe Weihnachten. Hallo Lisa, mein Lieblingsfest ist Ostern. Es ist immer schön, Zeit mit der Familie zu verbringen und Ostereier zu suchen. Was gefällt dir an Weihnachten besonders gut? Ich liebe die festliche Atmosphäre und das gemeinsame Essen mit meiner Familie an Heiligabend, maximal. Es ist ein besonderer Moment, um zusammenzukommen und sich gegenseitig zu beschenken. Gibt es spezielle Traditionen, die du an Ostern genießt? Ja, wir bemalen Eier und verstecken sie im Garten, Lisa. Die Ostereiersuche macht immer Spaß, besonders für die jüngeren Familienmitglieder. Welche anderen Feiertage magst du? Ich mag auch Silvester, maximal. Es ist eine aufregende Zeit, das vergangene Jahr zu verabschieden und das neue Jahr zu begrüßen. Wir feiern mit Freunden, essen leckeres Essen und beobachten das Feuerwerk. Hast du spezielle Neujahrstraditionen? Ja, wir stoßen um Mitternacht mit Sekt an und wünschen uns gegenseitig ein frohes neues Jahr, Lisa. Es ist eine schöne Tradition, das neue Jahr gemeinsam zu beginnen. Gibt es andere Feierlichkeiten, die du magst? Ich mag auch den Karneval, maximal. Es ist eine Zeit voller Spaß und bunter Kostüme. Wir gehen auf Karnevalsumzüge und feiern mit Musik und Tanz. Feierst du Karneval? Ja, ich feiere Karneval und ziehe gerne ein lustiges Kostüm an, Lisa. Es ist eine tolle Möglichkeit, sich zu verkleiden und fröhlich zu sein. Gibt es ein Fest oder eine Feierlichkeit, von der du schon immer geträumt hast? Ich träume davon, einmal das Oktoberfest in München zu besuchen, maximal. Es scheint eine aufregende Feierlichkeit zu sein, mit Musik, Tanz und köstlichem Essen. Hast du eine Lieblingsfeierlichkeit, die du empfehlen kannst? Das Oktoberfest ist definitiv eine Feierlichkeit, die man erleben sollte, Lisa. Es gibt auch viele andere Festivals und Veranstaltungen, je nach Interessen und Vorlieben. Es war schön, mit dir über unsere Lieblingsfeste zu sprechen. Dialog 13 Traumhafte Urlaubsziele In diesem Gespräch zwischen Lukas und Julia geht es um ihre Lieblingsurlaubsziele. Sie tauschen Erfahrungen und Empfehlungen aus und sprechen über die Schönheit verschiedener Orte. Hey Julia, ich habe gehört, dass du gerne reist. Was ist dein absolutes Lieblingsurlaubsziel? Oh ja, ich liebe es zu reisen. Mein absolutes Traumziel ist die Karibik. Die weißen Sandstrände, das türkisblaue Wasser und das tropische Klima sind einfach perfekt für einen entspannten Urlaub. Das klingt wirklich paradiesisch. Ich war bisher noch nicht in der Karibik. Aber es steht definitiv auf meiner Bucket List. Gibt es noch andere Orte, die du empfehlen würdest? Auf jeden Fall. Ein weiteres meiner Lieblingsziele ist Bali. Die Insel hat eine einzigartige Kultur, atemberaubende Landschaften und eine entspannte Atmosphäre. Es gibt so viele tolle Strände und Tempel zu erkunden. Bali klingt wirklich interessant. Ich habe gehört, dass es dort auch tolle Surfspots gibt. Ich bin ein großer Fan von Wassersportarten. Welche anderen Urlaubsziele könntest du empfehlen? Wenn du Wassersport magst, solltest du unbedingt nach Australien reisen. Die Ostküste ist ein Paradies für Surfer und das Great Barrier Reef bietet spektakuläres Schnorcheln und Tauchen. Es gibt auch viele Nationalparks zum Wandern. Das klingt nach einer aufregenden Reise. Australien steht definitiv auch auf meiner Liste. Gibt es noch ein besonderes Urlaubsziel, das du gerne besuchen möchtest? Ja, ich träume davon, nach Island zu reisen. Die Landschaft dort ist so vielfältig und beeindruckend mit Vulkanen, Wasserfällen und Geysiren. Außerdem könnte man dort das Nordlicht sehen. Island scheint wirklich ein magischer Ort zu sein. Das Nordlicht zu sehen, wäre ein unvergessliches Erlebnis. Ich habe gehört, dass es auch tolle Wandermöglichkeiten gibt. Gibt es noch andere Orte, die du gerne besuchen möchtest? Ich möchte unbedingt nach Neuseeland reisen. Die Natur dort ist so unberührt und es gibt viele Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Bungee Jumping und Kajak fahren. Es scheint ein Abenteurerparadies zu sein. Das klingt nach einer aktionreichen Reise. Neuseeland steht definitiv auf meiner Liste, besonders wegen der atemberaubenden Landschaften, die man aus den »Herr der Ringe« Filmen kennt. Welches ist dein letztes Lieblingsurlaubsziel? Mein letztes Lieblingsziel ist Mexiko. Dort gibt es eine faszinierende Kombination aus reicher Geschichte, lebendiger Kultur und wunderschönen Stränden. Ich habe die Maya Ruinen besucht und die mexikanische Küche genossen. Mexiko klingt nach einer faszinierenden Destination. Ich liebe es, neue Kulturen kennenzulernen und die lokale Küche zu probieren. Vielen Dank für deine Empfehlungen, Julia. Ich kann es kaum erwarten, meine nächsten Urlaubsziele zu planen. Gern geschehen, Lukas. Es war schön, sich über unsere Lieblingsurlaubsziele auszutauschen. Ich wünsche dir viel Spaß bei deinen zukünftigen Reisen und hoffe, dass du diese Orte genauso sehr genießt wie ich. Danke, Julia. Ich hoffe auch, dass wir beide die Möglichkeit haben, diese wundervollen Orte zu besuchen. Auf spannende Abenteuer und unvergessliche Urlaube. Absolut. Prost auf viele weitere Reisen und unvergessliche Erlebnisse. Bitte liken und abonnieren sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 14 Zeitlose Traditionen In diesem Dialog unterhalten sich Anna und Max über Familientraditionen. Sie tauschen Erinnerungen, Bedeutungen und ihre Liebe zu den Riten aus, die ihre Familien seit Generationen pflegen. Hey Max. Ich finde es so schön, wie jede Familie ihre eigenen Traditionen hat. Gibt es eine Familientradition, die dir besonders am Herzen liegt? Hallo Anna. Ja. Familientraditionen sind etwas ganz Besonderes. Bei uns ist es Tradition, dass wir jeden Sonntag gemeinsam zu Mittag essen. Es ist eine Zeit, in der die ganze Familie zusammenkommt und wir uns austauschen und die Woche Revue passieren lassen. Das klingt wirklich schön, maximal. Gemeinsame Mahlzeiten sind eine tolle Gelegenheit, um sich als Familie zu verbinden. In meiner Familie haben wir die Tradition, an Weihnachten zusammen Plätzchen zu backen. Es ist ein besonderer Moment der Vorfreude und des gemeinsamen Schaffens. Das ist eine wunderbare Tradition, Anna. Das Backen von Plätzchen vermittelt nicht nur den Zauber der Weihnachtszeit, sondern schafft auch schöne Erinnerungen. Gibt es noch andere Familientraditionen, die du gerne teilen möchtest? Wir haben auch die Tradition, zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen oder Familienfeiern gemeinsam Lieder zu singen. Es bringt uns alle zum Lachen und schafft eine fröhliche Atmosphäre. Es ist etwas, auf das wir uns immer freuen. Das klingt nach einer lustigen und fröhlichen Tradition, Anna. Das gemeinsame Singen von Liedern stärkt den Zusammenhalt und sorgt für eine positive Stimmung. Gibt es noch eine bestimmte Familientradition, die du besonders liebst? Wir haben auch die Tradition, einmal im Jahr einen Familienausflug zu machen. Das kann ein Tagesausflug in die Natur oder ein Besuch einer interessanten Stadt sein. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, Zeit miteinander zu verbringen und neue Orte zu entdecken. Das klingt nach einer großartigen Tradition, Anna. Familienausflüge schaffen bleibende Erinnerungen und stärken die Bindung zwischen den Familienmitgliedern. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie wichtig diese Traditionen für dich sind? Oh ja, maximal, Familientraditionen sind so wertvoll, weil sie uns mit unseren Wurzeln verbinden und uns das Gefühl von Zugehörigkeit geben. Sie sind Teil unserer Identität und schaffen eine familiäre Atmosphäre, in der wir uns geborgen fühlen können. Da hast du absolut recht, Anna. Familientraditionen verbinden uns mit unserer Vergangenheit und schaffen eine gemeinsame Geschichte. Sie sind ein wichtiger Teil unseres Lebens und geben uns ein Gefühl von Kontinuität und Zusammenhalt. Genau, maximal. Es ist schön zu wissen, dass diese Traditionen von Generation zu Generation weitergegeben werden und unsere Familie einzigartig machen. Es ist etwas, das wir schätzen und bewahren sollten. Definitiv, Anna. Es ist wichtig, diese Familientraditionen zu pflegen und ihnen einen besonderen Platz in unserem Leben einzuräumen. Sie verleihen uns Stabilität, bedeuten uns viel und werden uns immer an die Liebe und Verbundenheit innerhalb unserer Familie erinnern. Dialog 15 Träume auf der Bühne In diesem Gespräch teilen Laura und Max ihre Begeisterung für Theaterproduktionen und sprechen über ihre Traumstücke und Erlebnisse auf der Bühne. Hey Max, hast du auch manchmal Träume von Theaterproduktionen? Gibt es ein Stück, das du unbedingt mal sehen möchtest? Oh ja, Laura. Ich liebe das Theater und habe viele Traumstücke. Eines, das ich schon immer sehen wollte, ist Der König der Löwen. Ich stelle mir vor, wie die beeindruckenden Kostüme und das Bühnenbild die Geschichte zum Leben erwecken. Das wäre wirklich faszinierend, Max. Der König der Löwen ist ein beeindruckendes Stück. Ich träume davon, das Phantom der Oper zu sehen. Die Musik und die romantische Atmosphäre ziehen mich einfach in den Bann. Oh ja. Das Phantom der Oper ist ein Klassiker. Die musikalischen Darbietungen und die mysteriöse Geschichte machen es zu einem einzigartigen Erlebnis. Ein weiteres Traumstück von mir ist, Les Miserebles. Die emotionale Tiefe und die kraftvollen Songs berühren mich jedes Mal. Oh, das kann ich gut nachvollziehen, maximal. Les Miserebles ist ein Meisterwerk. Ein anderes Traumstück von mir ist, Romeo und Julia. Die tragische Liebesgeschichte und die leidenschaftlichen Dialoge sind einfach mitreißend. Absolut. Laura. Romeo und Julia ist ein zeitloser Klassiker. Ich würde auch gerne mal, Hamlet, sehen. Die Schauspielkunst und die philosophischen Fragen, die das Stück aufwirft, faszinieren mich. Das kann ich gut verstehen, maximal. Hamlet ist ein anspruchsvolles Stück mit einer vielschichtigen Handlung. Ein weiteres Traumstück von mir ist, Der Nussknacker. Die zauberhafte Musik und die eleganten Balletteinlagen versetzen mich in ein bisschen. Eine andere Welt. Oh ja. Der Nussknacker ist eine wunderbare Wahl, Laura. Die Tänze und die zauberhafte Inszenierung machen es zu einem unvergesslichen Erlebnis. Es gibt wirklich so viele großartige Theaterproduktionen, nicht wahr? Absolut. Max. Das Theater bietet eine einzigartige Erfahrung und ermöglicht es uns, in andere Welten einzutauchen. Es war schön, unsere Traumstücke zu teilen. Ja. Das war es, Laura. Das Theater ist ein Ort der Kreativität und der Emotionen. Ich hoffe, dass wir eines Tages unsere Traumstücke live erleben können. Das hoffe ich auch, maximal. Es wäre ein wahrgewordener Traum. Vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch. Danke dir, Laura. Es war toll, über Theaterproduktionen zu sprechen. Ich freue mich schon darauf, wieder eine Vorstellung zu besuchen. Tschüss. Tschüss, Max. Genieße die Vorstellungen und bis bald. Dialog 16 Lachen ist die beste Medizin. In diesem Dialog unterhalten sich Lisa und Max über lustige Momente, die sie erlebt haben. Sie teilen ihre witzigsten Erlebnisse und lachen gemeinsam über humorvolle Situationen. Hey Max. Hast du mal einen lustigen Moment erlebt, den du nie vergessen wirst? Oh ja. Definitiv. Es gab eine Situation, als ich mit meinen Freunden in einem Freizeitpark war. Wir sind gemeinsam Achterbahn gefahren und ich hatte so viel Angst, dass ich vor lauter Schreck meine Brille verloren habe. Es war so komisch, wie wir alle danach gesucht haben und sie schließlich auf meinem Kopf gelandet ist. Haha. Das ist wirklich witzig. Max. Solche lustigen Momente passieren oft, wenn wir uns in aufregenden Situationen befinden. Ich erinnere mich an eine Zeit, als ich in einer Vorlesung eingeschlafen bin und plötzlich aufgewacht bin, als mein eigener Schnarcher mich erschreckt hat. Alle haben gelacht, inklusive des Professors. Das ist wirklich zum Schießen, Lisa. Ich kann mir vorstellen, wie überrascht du gewesen sein musst. Lustige Momente können wirklich aus den unerwartetsten Situationen entstehen. Ich erinnere mich auch an eine Zeit, als ich versucht habe, ein lustiges Video aufzunehmen und dabei über meinen eigenen Fuß gestolpert bin. Es war so albern. Oh. Das klingt nach einem echten Lacher. Max. Solche Stolperer passieren einfach und bringen oft die besten Lacher hervor. Einmal bin ich in einem Café gewesen und habe versucht, mich elegant auf einen Barhocker zu setzen, aber ich bin plötzlich nach hinten gefallen. Zum Glück war es nicht weit und ich konnte darüber lachen. Haha. Ich kann mir dein Gesicht in dem Moment nur vorstellen, Lisa. Manchmal sind es gerade diese kleinen Missgeschicke, die uns am meisten zum Lachen bringen. Hast du noch andere lustige Geschichten zu erzählen? Ja. Da war diese eine Zeit, als ich versucht habe, einen Kuchen zu backen. Ich habe versehentlich Salz statt Zucker verwendet. Als ich den Kuchen probiert habe, musste ich fast würgen. Es war so eklig. Aber im Nachhinein können wir darüber herzlich lachen. Das ist wirklich komisch, Lisa. Die Verwechslung von Zutaten beim Kochen kann zu einigen unerwarteten Geschmackserlebnissen führen. Solche kleinen Missgeschicke machen das Leben doch erst richtig unterhaltsam. Da hast du absolut recht, Max. Lachen ist wirklich die beste Medizin und wir sollten uns öfter über unsere lustigen Erlebnisse austauschen. Es tut einfach gut, herzhaft zu lachen und diese positiven Momente miteinander zu teilen. Auf jeden Fall, Lisa. Es ist schön, dass wir diese lustigen Geschichten miteinander teilen können. Wir sollten öfter zusammenkommen und über solche Momente lachen. Es bringt uns näher und sorgt für gute Stimmung. Da bin ich ganz deiner Meinung, Max. Lachen verbindet und zaubert uns ein Lächeln ins Gesicht. Danke, dass du mir deine lustigen Momente erzählt hast. Das hat meinen Tag aufgehellt. Gern geschehen, Lisa. Es war schön, sich mit dir über lustige Erlebnisse auszutauschen. Lass uns weiterhin gemeinsam lachen und uns gegenseitig zum Lächeln bringen. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 17 Spannende Dokumentationen, die uns beeindruckt haben. In diesem Gespräch zwischen Lisa und Tim tauschen sie ihre Lieblingsdokumentarfilme aus und diskutieren über die Themen, die sie am meisten beeindruckt haben. Sie teilen ihre Empfehlungen und sprechen über die Auswirkungen dieser Filme auf ihr Wissen und ihre Sichtweise. Hey Tim. Hast du kürzlich eine Dokumentation gesehen, die dich wirklich beeindruckt hat? Ja, Lisa. Ich habe vor kurzem die Dokumentation, unsere Erde, gesehen. Sie zeigt unglaubliche Aufnahmen von Naturphänomenen und Tierwanderungen. Es hat mir geholfen, die Vielfalt unseres Planeten noch mehr zu schätzen. Hast du auch eine Lieblingsdokumentation? Oh ja, definitiv. Eine meiner Lieblingsdokumentationen ist, die 13. Geschichte, von der Sklaverei zur Masseninhaftierung. Es ist eine eindringliche Darstellung der Geschichte der Sklaverei und ihrer Auswirkungen auf das heutige Strafjustizsystem. Welche anderen Dokumentarfilme hast du gesehen und empfehlenswert findest? Neben, unsere Erde, kann ich auch, die Kunst des Überlebens, empfehlen. Es ist eine Dokumentation über Menschen, die in extremen Umgebungen leben und sich anpassen müssen. Es hat mich gelehrt, wie wichtig Anpassungsfähigkeit und Durchhaltevermögen sind. Hast du noch weitere Dokumentarfilme, die du gerne teilen möchtest? Ja, absolut. Ein weiterer Dokumentarfilm, den ich beeindruckend fand, ist, die Geschichte des Plastiks. Er behandelt die Auswirkungen von Plastikverschmutzung auf die Umwelt und regt zum Nachdenken über unseren Konsum an. Gibt es noch andere Dokumentationen, die du gesehen hast und die dich nachhaltig beeinflusst haben? Definitiv. Lebensmittel, Inc. ist eine Dokumentation über die Lebensmittelindustrie und deren Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt. Es hat mich dazu inspiriert, bewusstere Entscheidungen beim Einkauf von Lebensmitteln zu treffen. Wie siehst du die Bedeutung von Dokumentationen für unser Wissen und unsere Sichtweise? Ich denke, Dokumentationen sind eine großartige Möglichkeit, unser Wissen zu erweitern und unsere Perspektive auf bestimmte Themen zu verändern. Sie reden zum Nachdenken an und ermöglichen uns, neue Zusammenhänge zu erkennen. Welche Themen interessieren dich am meisten in Dokumentarfilmen? Ich könnte noch viele weitere empfehlen, aber ich denke, das reicht für den Anfang. Wir können uns gerne nochmal treffen und unsere Lieblingsdokumentationen weiter austauschen. Es war interessant, über diese Filme zu sprechen und zu sehen, wie sie uns beeinflusst haben. Absolut, Lisa. Ich freue mich schon darauf, weitere Empfehlungen auszutauschen. Dokumentationen sind eine fantastische Möglichkeit, die Welt um uns herum besser zu verstehen. Dialog 18 Fantastische Figuren In diesem Dialog unterhalten sich Lisa und Max über ihre Lieblingscharaktere aus Büchern, Filmen und TV-Serien. Sie teilen ihre Begeisterung, diskutieren über die Eigenschaften und Geschichten der Charaktere und tauschen Empfehlungen aus. Hey Max, ich liebe es, in fantastische Welten einzutauchen und Charaktere zu entdecken, die mich faszinieren. Hast du auch einen Lieblingscharakter? Hallo Lisa, oh ja. Ich finde es auch spannend, über fiktive Charaktere zu sprechen. Einer meiner Lieblingscharaktere ist Harry Potter aus den Büchern von J.K. Rowling. Er ist so mutig und inspirierend. Hast du auch einen Favoriten? Harry Potter ist definitiv ein toller Charakter, maximal. Einer meiner Lieblingscharaktere ist Hermine Granger. Sie ist klug, ehrgeizig und eine großartige Freundin. Ich bewundere ihre Stärke und Entschlossenheit. Gibt es noch andere Charaktere, die du magst? Ja, ein weiterer Charakter, den ich sehr mag, ist Gandalf aus, der Herr der Ringe. Er verkörpert Weisheit und Führungskraft und hat eine einzigartige Präsenz. Seine Zitate sind oft inspirierend und er hat eine wichtige Rolle in der Geschichte. Wie sieht es bei dir aus? Gibt es noch andere Charaktere, die dich beeindrucken? Absolut. Maximal. Eine andere Figur, die ich sehr mag, ist Katniss Everdeen aus der Die Tribute von Panem-Reihe. Sie ist mutig, selbstlos und kämpft für das, woran sie glaubt. Ihre Entwicklung im Laufe der Geschichte ist bemerkenswert. Hast du eine Empfehlung für einen Charakter, den ich kennenlernen sollte? Ja, ich würde dir empfehlen, den Charakter Sherlock Holmes zu entdecken. Er ist ein brillanter Detektiv mit einer einzigartigen Denkweise. Die Geschichten um ihn sind fesselnd und seine Fähigkeit, Rätsel zu lösen, ist beeindruckend. Welche anderen fiktiven Welten oder Medien findest du interessant? Ich bin ein großer Fan von Superheldenfilmen, vor allem von Iron Man. Tony Stark ist ein charismatischer Charakter und seine Technologie ist einfach unglaublich. Es macht Spaß, seine Abenteuer zu verfolgen. Gibt es noch andere Medien oder Bücher, die du empfehlen würdest? Ja, ich kann dir die Buchreihe Percy Jackson von Rick Riordan empfehlen. Es ist eine Mischung aus griechischer Mythologie und moderner Abenteuergeschichte. Die Charaktere sind gut ausgearbeitet und die Handlung ist spannend. Hast du noch weitere Empfehlungen für mich? Wenn du Fantasy magst, könntest du die Chroniken von Narnia von C.S. Lewis ausprobieren. Die Bücher entführen dich in eine magische Welt voller Abenteuer und fantastischer Charaktere. Es ist eine zeitlose Geschichte, die sowohl Kinder als auch Erwachsene begeistert. Das klingt nach einer großartigen Empfehlung, Lisa. Ich werde sie definitiv in Betracht ziehen. Es ist fantastisch, wie Bücher und andere Medien uns in neue Welten entführen und uns mit den Charakteren verbinden können. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Vergessen Sie nicht es zu liken und zu abonnieren. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017